Guck, wie langsam habe ich es gemacht? Ja, super geworden! Hallo! Hallo! Valencia, komm raus! Hi, wie geht es dir? Gut! Was hast du da? Tattoo! Yeah, wir haben hier ein Airbrush-Tattoo! Und ich werde Valencia heute so verschönen, tütowieren, wie das kleine Mädel hier. Und das hier ist der ganze Set. Wir haben hier Airbrush-Pistole, selbstklebende Schablonen, Filzstifte und Unterlagen. Und du machst jetzt auf. Komm, ich helfe dir. Nein! Zieh raus! Ich kann nein! Ja, du kannst alle haben. Nein, ich bin nicht! Ich kann alle haben! Okay! Das hier sind die selbstklebende Schablonen. Ja, wir haben hier zwei Schablonen. Genau, das sind die Filzstifte. Hey! Bitte schön! Leg sie hier rein, Valencia. Hier. So ein Fach, da kannst du schon viele Stifte hinlegen. Genau. Und das hier ist die Airbrush-Pistole. Kusa und Mila! Und man kann hier die Airbrush-Pistole an der Hose befestigen. dir die Airbrush-Pistole an der Hose befestigen. Und man kann hier auch schon die Haare-Pistole anbieten. Guck! Oh, die funktioniert schon. Hier ist der Knopf, man drückt drauf und dann kommt die Farbe raus! Das sieht aus. Cool, gell? Ja, zeig uns. Das tut sein. Ja, das tut sein. Und das sieht jetzt aus. Ja, und so sieht das aus. Genau. So, Valencia, welche Tattoo würdest du machen? Das ist Schmetterling. Das ist Schmetterling. Ja, nehmen wir unser Schmetterling jetzt raus. So, ganz vorsichtig. Guck mal, was du kannst. Ja, das finde ich Spaß, Valencia. Wir machen jetzt ein Schmetterling. Wo willst du das haben? Da hin. Da hin. So, jetzt nehmen wir unsere Airbrushpistole. Warum? Und suchen uns die Farbe aus. Ich mache die Lila. Die Lila, okay. Ich mache die auch. Genau. Dann schickst du dein Bildstift hier rein. Okay. Wow, wow. Nehmen wir noch andere Farbe? Oder. Ja. Jetzt schickst du hier rein. Jetzt schickst du hier rein. Jetzt sehen wir das ab. Und schauen, was geworden ist. Ja. Und? Sieht das nach Schmetterling aus? Ja. Ein bisschen verschwommen, gell? Super perfekt geworden. Was machst du jetzt? Welche? Eine Blume? Ja. Okay. Jetzt machen wir Blume. Hier. Wow. Was? Gefällt dir. Gefällt dir? Super. Ich mache jetzt das. ein Stern. Einen Stern machst du? Ja. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Das ist ein platter Stern. Jetzt hast du drei Tattoos. Jetzt hast du drei Tattoos. Toll. Toll. Ich liebe es. Und als nächstes machen wir Engelsflügel. Ja. Guck mal. So musst du sein. Ja, hübsch geworden. Und hier machen wir jetzt ein Schneepflückchen. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Ja. Wow. Jetzt machen wir alle raus. Jetzt machen wir die Schablonen auf. Jetzt machen wir die Schablonen auf. Jetzt machen wir die Schablonen auf. Oh, jetzt hast du eine hübsche Tattoos. Jetzt hast du eine hübsche Schneepflückchen. Wow. Das sieht gut aus. Jetzt mache ich das noch. Guck. Und was kriegst du jetzt? Ein kleiner Vöglein. Guck. Zeig mir. Ich weiß, das ist ein Pinkie Pie. Okay, ein Pinkie Pie. Das sieht gut aus. Und was machen wir hier in Schmetterling? Ein anderes Schmetterling? Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Guck mal, wie schön das wird. Als nächstes machen wir eine Blume. Da hin. Hier hin. Und dann gucken wir jetzt hier. Ja, aber nicht bewegen, Valisi. Wow. Schön. Das wird schön. Guck. Schön. Zeig mir, Valisi. Wow, wie schön dein Blume geworden ist. Fantastisch. Ich mache jetzt die Herz dahin. Jetzt machen wir ein Herz. Ein flammender Herz. Guck mal. Oh ja. Wow. Sieht dein Herz schick aus. Was kommt als nächstes? Blume. Blume. So, als nächstes machen wir eine Blume. Ja. 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 Wunderbar. Und jetzt machen wir kleine Blümchen. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Ich würde escasieren. Und Valencia, das hast du dir als nächstes ausgesucht. Hier hin. Wow, sieht aus, sehr gut aus. Das habe ich ja lange raus gemacht. Ja, du hast alleine das Schablon abgezogen. Und das kommt als nächstes. Wo bin Valencia? Da hin. Hier hin. Hübsche Tattoos. Wunderbar. Jetzt mischen wir sie ein bisschen essen. Zeig mir deine Tattoos. Wow, sehen die gut aus. Sehen die ganz schön aus. Genau, deine Tattoos sehen jetzt ganz schön aus. Deine Arme sind voll tätowiert, aber deine Hände sind so dreckig. Die muss man waschen. Ja, die muss man waschen. Aber dafür die Tattoos, die sehen sehr gut aus. Haben dir deine erste Tattoos gefallen, Valencia? Ja. Riesig. Ja. Du fühlst predominst du schon? Da ist also möglich. Bis zum nächsten Mal.